Hallo, heute sind wir mit Marc Gleukas und es geht um das Projekt Entdeckertour. Also im Prinzip ist die Entdeckertour eine moderne Schnitzeljagd, die man mit dem Tablet, mit dem Handy durchführen kann und man lernt dadurch die Ortschaft näher kennen auf verschiedene Art und Weisen, also auf witzige Art und Weise, auf historische und geschichtliche Art und Weise und wir möchten es immer weiter ausbauen. Man beginnt bei unserem Rad und Platz, da gibt es einen QR-Code, den man scannt, dann wird man automatisch auf die innere Seite geleitet und von da geht es dann los. Man kann sich verschiedene Touren auswählen und dann geht man durch Marc Gleukas und schaut sich um. Wir wollen mit der Entdeckertour natürlich erreichen, dass die Einheimischen ihre Ortschaft besser kennenlernen, dass Fremde überhaupt die Ortschaft kennenlernen, dass junge Leute Spaß haben, dass Erwachsene sich vielleicht auch erinnern an früheren Zeiten, wie es so gewesen ist. Schau, da ist die Kirche. Ja, den Berg müssen wir hoch. Wir sollen schätzen, wie hoch der Spider-Man klettern würde, um bis auf die Spitze des Kirchturms zu kommen. Wir brauchen noch einen Code. Er ist auf der Unterseite des Schaukastens. Unser Projekt ist ja finanziell unterstützt worden oder fast komplett finanziert worden von der ALI, vom amt für ländliche Entwicklung, vom Regionalbudget und da sind wir sehr dankbar, weil ohne dieses Geld hätten wir das überhaupt nicht geschafft. Das ist natürlich eine total schöne Anerkennung, dass man da jetzt noch einen Preis kriegt, noch mal eine Aufmerksamkeit kriegt, das vielleicht auch weitertragen kann, weil eigentlich lässt sich das total einfach adaptieren für andere Gemeinden oder andere Orte. Man braucht Leute, die da gemeinsam an einem Strang ziehen, für unsere Ortschaft hier auch was voranzubringen. Vielen Dank.